Bisschen shoppen gehen. Oh, falsche Waffe. Oh. Hoppala. Wie viele Sachen hier gerade sind. Okay. Dann lode ich einfach erst nochmal, muss ich mich ein bisschen orientieren. Ich glaube, das war irgendwo links, ne? Ja. So, hier habe ich ja gerade die ganzen Maschinen geplant. Ich gucke mal, ob hier noch welche sind, weil dann ich meine Taschen mal so richtig voll und gehe shoppen. Ja. Okay. Gut. Und soweit gerüstet. Keiner. Drei. Oh. Dann noch einer. Nein. Ganz ruhig. Blut. Boah. Wie der einfach mal explodiert. Okay. Bereit. war knapp. Das war die falsche Tester. Oh, das ist schlecht. Oh, da ist noch eins. Ah, warte. Das ist so einer. Oh, warte. Der lebt ja noch. Okay. Sind die jetzt alle brei? Klingt nicht so, ne? Aber ich sehe keinen. Oh, habe ich nicht gesehen. Knapp. Blut. Loody, loody, lood, lood, lood. Loody, loody, lood. Oh, hi, how's after? How are you? Schon viel besser. Ups, habe ich mich geheilt? Ups. Ups. Nochmal So it's kinda weird Nein I do, today is my first good day honestly I was sick for a week, so... Well, I am still sick, but... It feels better Seriously, Covid sucks so hard Tja, ich konnte nicht gut dodgen Noooo Okay Done But how are you? Oh By the way, you are one of the reasons Why I am still struggling with doing content in German on English honestly, you know? Because I really hated to, uh... Oh, I don't know the English word Like, if you... Oh Oh The hell Sorry I have no English word I have no English word But I have no idea Oh, no, no, no Oh, no, no Okay, I must... Dringend ... ... ... ... ... ... ... Nice ... ... ... Okay, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich wollte zu diesem einen Händler Wegpunkt setzen. Okay. Okay, und wieder. Jetzt kann ich sprechen. Sorry, es war irgendwie hart. Ich wollte nicht sterben, also, sorry. Ich habe gesagt, du bist einer der Grund, warum ich mein Konzept in Deutsch schrecklich mache. Ich fühle mich nicht so gut, dass ich etwas nicht so gut sagen kann. Ich weiß nicht, ob ich in Englisch nicht in meinem Sprachlager weiß. Aber ich weiß nicht, dass ich viele Leute sagen kann, das ist nicht wahr. Aber es gibt einige Leute, die nicht verstehen, und ich will nicht so gut fühlen, dass sie nicht ein Teil sein können. Genau, da haben wir ihn. Und das war ihm. Was willst du jetzt? Shoppen! Was haben wir denn hier? Oh yeah! Kriegsbogen. Geil. Klingt geil. Der Unterschied. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay. Really, the solution is to make music that teaches people how to speak to them. Well, I don't think so. I don't think so. I mean, I still do music in English, so this is fine. But, you know, I mean, I always feel like an idiot, filming myself and talking to my phone. So, I thought it might be kind of better if I try that in my language. But, I don't know, I'm always struggling. Ich glaube, das war dann wohl alles. I don't know. Okay, bis demnächst. Okay, dann gucken wir mal. Was für ein krasses Ding wir jetzt haben. Schockpfeile. Oder? Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Schaden. Unterhaltung 50. Kann ich den modifizieren? Oh. Okay. Also, ist der hier noch besser? Oder was? Okay. Okay. Hier oben sieht alles gleich viel bedrohlicher aus. Oh, cool. Okay, ich sehe nichts. Schlecht. Oh je. Was hier? Uh. Oh, Mannik. 27 Monate. Wie geht es hier? Oh, wie ärgerlich. Warum habe ich immer Übergewicht? Oh Mann. Oh, ist das eine Höhle? Müde und Muskelkater. Ja, dir? Ja. So, heute wieder besser. Ich hatte mich angesteckt. Ich habe gewonnen. Juhu. Schon wieder. Alle Jahre wieder oder so. Aber das Komische war, alle meine Tests sind negativ. Alle. Alle, alle, alle. Aber Kevin hatte halt Coca-Cola. Ich hatte es zwei Tage später. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich hoch, dass ich das auch habe. Aber komischerweise sind meine Tests negativ. Und ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du währenddessen so in die Grippe oder so einfängst. Total weird. Ich brauche ganz dringend diese Stöckchen. Ah, hier. Bögen sehen so gleich aus. Du musst ein bisschen aufpassen. Da. Da. Oh, sind das viele. Oh, das sind die Pferde. Okay. Habe ich noch genug Pfeile? Ja. Okay. Kölnchen. Hm. Hm. Mehr kann ich nicht tragen. Das verstehe ich nicht. Stöckchen wollte ich. Und der war nicht ganz da. Grippe wären. Nee, also Kevin ist positiv gewesen. So, der ist jetzt schon wieder negativ, aber der war positiv und ich habe es zwei Tage später bekommen. Aber komischerweise sind meine Tests immer negativ durchgehend. Und ich fragte, wie wahrscheinlich ist es einfach, dass du Corona bekommst, während... Also andersrum, wie wahrscheinlich ist es, dass er Corona hat, wenn ich dann eine Grippe kriege oder so. War komisch. Ja. Wo zur Hölle bin ich gelandet? Holy moly. Können wir doch mal gucken, ne? Bist du irgendwie hoch? Nein. Ich glaube, da soll ich noch nicht hin. Nein. Okay. Ah. Ich glaube, da soll ich noch nicht hin. Ich suche nur Stöckchen, ne? Ich glaube, ich bin hier so hart falsch. Okay. Okay, ich sollte gehen. Dann kommt das wohl noch. Stöckchen. Oder du hattest es ohne zu wissen? Hast du ihn angesteckt? Nee, das glaube ich nicht. Langsam, langsam. Die hatten uns hier davor getestet, weil, äh, meine Schwiegermutter hat sich an den Fuß gebrochen und allein wegen dem Krankenhaus krams, mussten wir uns die ganze Zeit testen, also da war ich dauerhaft auch negativ. Boah. Alter, Schneesturm. Okay, also, wo muss ich hin? Nach dort. Okay. Stöckchen. Mehr Stöckchen. Hm. Mehr Stöckchen. Konzentrier dich gerade, ich decke hier deinen Sammel, I'm sorry. So, ich muss mal gucken. Ich konnte ja irgendwo das Inventar vergrößern. Ähm, Hersteller? Äh, ah ja. Nice. Holz und Metallscherben brauche ich. Okay. Das schaffe ich. Okay. Alter. Okay. Oh! 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 Oh, die sind ja alle pissig. Oh, guck mal, ich kann mehr Munition machen. Wenn ich... Alter! Laser-Pferd! Was ist das denn für ein Monster? Ah! Ich seh gar nichts! Das ist irgendwas anderes. Das ist was anderes. Das ist kein Pferd. Oh, scheiße, gestorben. Erstmal, verdammt. Aber das war doch kein Pferd, das war irgendwas anderes, oder? Äh, das wäre ein witziger Zufall. Wie geht's? Die Haya, gute Nacht und viel Spaß. Gute Nacht und schlaf schön. Und träumen was Süßes. Oh, hab ich den... Ja, hab ich schon gekauft. Ja, gut. Da muss ich jetzt wieder ziemlich viel Holz sammeln, fürchte ich. Ärgerlich. Okay. Aber das war doch irgendein anderes Vieh, oder? Sah nicht aus wie auch so ein Pferd. Oh, das heißt, ich darf jetzt die ganzen Äste wieder... ...einsammeln. Okay. Herstellen. Tragekapazität. Jao. Ah ja, ich meine, hab ich ja genug. Oh, hab ich nicht. Okay. 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 Och. Sniper, Sniper! So, jetzt guck ich nochmal. Da war ja irgend... Oh. Okay, dann wollen wir mal gucken. Und herstellen. Ein bisschen aufpassen, sonst kann ich gleich keine Pfeile mehr herstellen. Hm, wird aber auch nicht mehr lange machen, ich bin mal noch krank. Ah ja, da ist dieses neue Fieder. Ach, Dinger habe ich noch. Oh. So, okay, dann guck ich mal. Lünderer. Alter. Ich falle neu. Alter. 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 Okay, und so einen Plünderer hatten wir noch nicht, oder? Okay, jetzt fehlt's wieder mal. Äh, V war das, ne? Ich falle neu. Ich falle neu. Alter. Die sind ja krass. Die sind ja krass. Die sind ja krass. Okay, ich benötige jetzt Holz. Was? Du okay. Hmm. Wie okay. Wie okay. Oh, dann schau mir mal. Okay, dann fehlt noch das hier. Okay. Okay. Das nehme ich mit. Träumchen. Speichern. Ich glaube, ich würde langsam ins Bettchen gehen, weil ich bin immer noch krank. Ich hoffe, es hat gespeichert. Wenn nicht, ärgere ich mich des Todes. Da habe ich ein bisschen Angst. Ah, wird schon richtig sein. Ich komme mal hier rüber. Aber gutes Spiel. Ja, macht auf jeden Fall Laune. Da sind auf jeden Fall nochmal die Tom Raider Moods und so weiter drin. Leute, I would like to go to bed now. I go to bed. Holy molly. I said exactly the same. Okay, ich bin jetzt im Bettchen. Gute Nacht und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich hoffe, also ich werde die Tage jetzt weiter spielen. Ich weiß noch nicht wann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit einguckt oder so, falls es euch interessiert. Aber jetzt bin ich im Bettchen. Deswegen gute Nacht und schlaft schön. Und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Boop. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.